Hoppala, Strafgefangene im Fantasy-Reich. Keine Frage, in Piranhas neuem Rollenspiel geht es nicht zuletzt um Action. Hier zum Beispiel sehen sie einen Kampf gegen einen Ork. Ist die Prügelei erst gewonnen, können sie nach Beuterausschau halten. Hier etwa ein wertvolles Heilkraut. Auch an der Oberfläche gibt es genug zu tun. Im sogenannten Neuen Lager lebt eine spezielle Fraktion der Gefangenen. Dort sind wir offenbar schon gut bekannt. Und so sieht das neue Lager von innen aus. Die Monster in der Außenwelt sind nicht von schlechten Eltern. Man beachte, wie flott diese Blutfliege den Standort wechselt, um nicht getroffen zu werden. Beim Händler wollen wir Bier erstehen. Dabei wird nicht bezahlt, sondern getauscht. Man muss also im Inventory einen Gegenstand von vergleichbarem Wert finden. Oder gleich mehrere Bierflaschen mitnehmen.